Der Hauptner, der ist ja im Haus vor uns. Echt? Ja! Ja, schon. Da ist der. Rufft dich schon und willkommen zu einer weiteren Folge Titan 2 Minecraft Dings. Und wir sagen, wir joinen dem Server. Und wir haben einfach mal proaktiv in die Konfi geschrieben, dass wir jetzt aufnehmen würden. Passendes Wetter ist auch. It is dunkel. It regnet. Ah, it regnet. Ich bin unten, Kira. Ich bin unten. How? Have you have a horse still? Yes, yes. Yes, I have everything. Yes, yes, yes. Cut yes. Ich bin gespannt, wie die Pferdetaktik funktionieren wird. Well, maybe gar nicht. Es gab auf jeden Fall einige Leute, die meinten, aha, ja, mhm. So ein bisschen abstauben, so richtig schlechte Noobs. Wie gesagt, du hast alles bereit, ne? Ja, ich habe beide Schwerter. The bow. The bow is an option. Okay, wo bist du? Du bist unten, ne? Scheiße, wir sollten uns vielleicht mal treffen. Ne, ich bin oben. Oh, scheiße. Der Hauptner, der ist ja im Haus vor uns. Echt? Ja! Ja, scheiße. Da ist der. Oh, loi. Ich kann hier nicht schlagen. Die haben wirklich gewartet. Ja, weil die Schutzding haben. Lassen wir hier ganz kurz. Ich bin runtergerannt, weil... Ja, wo bist du? Ich bin am Spawnen. Am Höllenportal. Ja, nice. Die sind schon zu zweit hinter mir. Scheiße, ich bin nicht da. Oh, fuck. Das war schon mal richtig kacke. Wo bist du? Ich bin hier in so einem komischen Ding. Ich muss erst mal richtig Spawn rennen. Puh. Lass mich dir entgegenkommen. Ja, ich laufe gerade richtig... Oh, fuck. Ja, jetzt bin ich tot. Oder? Doch nicht. Jetzt, jetzt warte. Ich komme gerade hoch Richtung Drachen. Scheiße. Es war klar, dass doch die kommen, die was können. Nein. Jetzt komme ich am Portal. Wo bist du? Ich treffe nicht. Ja, scheiße. Ich muss rennen. Scheiße, wo die sind? Sind die hinter mir? Ja, okay. Ah, immerhin den goldenen Apfel, glaube ich, reingekriegt. Ja, perfekt. Wo bist denn du? Am Ende. Alter. Ja, ich bin tot. Ich glaube, ich sterbe auch gerade. Ich habe einfach, glaube ich, ihn zweimal getroffen. Wir haben die beiden gut gemacht. Ich glaube, die hatten, glaube ich, schon so angedeutet, dass wir ihn snipen wollten. Ähm, naja. Hätten wir wahrscheinlich jetzt nichts reingeschrieben, wären sie nicht schnell genug da gewesen. Aber so ist das. Wir hatten eigentlich gehofft, dass noch irgendwer anders mitkommt und dass dann ein großes Fest kommt und wir nur eine halbwegs eine Chance haben, irgendwas zu reißen. Ich glaube, ich hatte ihn gerade relativ dauernd und hatte sich ein Goldapfel reingesnackt. Das Problem war, weiß ich nicht, ich habe ihn zwar getroffen, aber irgendwie ist er... Ich glaube, ich habe ihn auch mal getroffen. Das Knockback war halt im Endeffekt doch scheiße. Also, meiner war komplett blau. Also, komplett Titan. Ja, bei mir auch. Ja, ja. Gut gemacht. In diesem Sinne, das war es mit Titan 2. Wir wollten es jetzt einfach nicht noch länger in die Länge ziehen, weil, was sollen wir auch noch machen? Wir wollten nicht sterben. Wir haben es versucht. Also, ja, deswegen sieht es so aus, so, sie sind reingegangen, um zu sterben. Ja, geil. Wir hatten auch nicht erwartet, dass die uns jetzt direkt snipen. Also, ich dachte, ursprünglich hatten wir uns quasi mit Mr. Moor verabredet. Er hatte vorhin geschrieben, dass es irgendwie, es gibt ja so einen Client, um zu sehen, wer sich einloggt und so, dass es nicht richtig gezählt wurde irgendwie. Ähm, aber jetzt standen sie ja doch direkt da. Naja. Ähm, aber wie gesagt, das sollten wir noch groß machen. Also, ich wollte jetzt nicht noch 10 Folgen rumfarmen und rumgammeln. Das ist ja auch langweilig. Wir hätten schon einen Titan-Helm machen können, einen Titan-Boot. Eigentlich, der größte Kack war halt, am Anfang diese zwei Leben zu verlieren. Da hätten wir, wenn die kein Schwert gehabt hätten am Anfang, Ja, davon bin ich ja auch rausgegangen. Naja. So it be, this is what, this is what, äh, vielleicht hätten wir einfach wieder ein Haus bauen sollen. Ich glaube, wir bleiben beim Haus bauen. It works. Gut, dann würde ich sagen, gönnt euch ein Abo, das bleibt, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.